Sektor 3 Sektor 3 Sektor 3 ist ein Konzenter was ist denn das für Scheiß für eine Sache hier ist nur ein Dockingstation Lass mir das Konzenter eigentlich sein hier oder wenn ich fliege falsch Hm Ich soll zum Konzenter da Have to heat to the com center to check is there Andy Hier ist und hier ist ein Konzenter aber also das Falsche Hm Hm Ich will halt nicht hochfahren ich will da rauskommen Hm Ich weiß grad nicht was ich machen soll Ich muss ein Konzenter sagen aber hier Konzenter Wo ist das Konzenter Da hier Ist das das Konzenter Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Ich steh mir nirgends dran Da oben ist Sektor 3 oder Sektor 2 schon dran Hier steht gar nix dran was es ist Aber ich Ich weiß nicht Ist mir sicher dass hier das Konzenter ist Aber Aber Ich komm nicht mit dem Server Message from Dr. Sonstwas Und das Messer von äh Charge und Sonstwas Major Major Sonstwas So So Das ist alles was gut Dahint das Konzenter sein Da muss ich mal für hinkommen ne Da Oder Das ist Sektor 3 Das Das Hm Was ist das Sektor 3 Sektor 3 Sektor 3 Sektor 3 Sektor 3 Auch die ist zu. Da liegt da was? Ne. Steht da einfach rum. Schämt sich nicht. Steht da auf armeischen Füßen. Ich weiß nicht. Er hat nichts angezeigt. Ah steht dann da drauf. Common Center. Ja das ist das Common Center. Da sollte ich checken ob da welche Fehler in sind. Wenn die Systeme sind. Ja. Das habe ich alles schon gesehen. Das sind zwei Türen ne. Hier habe ich auch nicht durch. Flan ist da. Das Flan hier. Wer wohns mal denn das denn doch? Hm. Pssst. Uah. Ah hier. Wann ist das denn auf hier? Das war eben doch nicht auf oder? Ja. Hauptsache es ist komm hoch. War da eine rausgelegt worden. Dann wurden wir reingelegt? Ja. Ah. Sehr geschickt. Hallöchen. Na. Alles klar. Sekunde bitte. Sekunde bitte. Ich bin gleich wieder da. Oah. Ich bin gleich wieder da. I have no idea what you are talking about. Hi Teufelchen. Danke für den Follow. Erstmal ein Voraus von gestern, was glaube ich hast du gemacht. Dankeschön dafür. Ich hoffe, ich habe mich nicht viel gedankt dafür, aber diesmal. Und schön, dass du da bist. Und heute wieder dabei bist. Teufel 190. So. Ich spiele mit den Joypin erstmal. Nicht mit der Maus. Du brauchst es schneller zwar, aber schon fertig. Okay. Mal gucken. Ein Augenblick. Was das Spiel bringt. Weiß ich noch nicht. Ich schaue jetzt mal durch das Spiel und dann gucken wir mal was machen. Mal gucken. Ich schaue jetzt mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist ein Quickening. Have you felt it? Body? Mind? The mind of man reaches towards the heavens. To the fastest. Man has hurled himself in the stars. This heavenly mind yearning on its own. He is a wayfarer, trapped in his earthly shell. And yet, among the stars, he finds only more earth, more dust. No matter how far into space he sails, he remains other than. Stars, sand. This is the existence of man. Neither one nor the other. Only one. But little are different. And that is why you are here.